Sicher die häufigst gestellte Frage bezüglich Gedächtnistraining ist, Gregor, wie machst du das, wenn du dir Namen und Gesichter merkst? Die Menschen sehen natürlich, wenn ich einen Vortrag halte, dass ich bereits am Anfang vom Vortrag mindestens zwei Dutzend Leuten oder mehr den Namen sagen kann, obwohl ich ja erst gerade begonnen habe. Wie habe ich das gemacht? Ich bin vor dem Vortrag im Foyer rumgegangen, habe die Leute, die da standen, begrüßt, habe die Namen abgefragt und habe mir die gemerkt. Selbstverständlichkeit ist ziemlich überzeugend und vor allem, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Es ist wie aufschreibend, ich muss es einfach tun. Es ist keine Hexerei, aber man muss es richtig geübt haben. Denken Sie an drei, vier Stunden Training, wenn es dann noch ganz schwierige Namen sind, wenn Sie viel mit tschechischen, polnischen, chinesischen, japanischen Namen zu tun haben, dann sind Sie vielleicht vier, fünf Stunden dann trainiert. Das habe ich aufbereitet in Videos. Damit Sie das in Ruhe sicher arbeiten können. Damit Sie es jetzt einfach mal erleben, wie das geht, dass Sie sehen, das ist real, lasse ich Sie das mal mit zehn Namen durchspielen. Dass Sie sehen, ah ja, okay, ich weiß, wenn ich die Gesichter sehe, wie die heißen. Und dann haben Sie vielleicht Feuer gefangen und entscheiden sich, mehr zu lernen, mehr lernen zu wollen. Also, zuerst mal also üben Sie dieses kleine nächste Video und dann werden Sie merken, wie das geht. Und dann können Sie dann am Schluss sagen, ob Sie mehr haben möchten oder nicht. Hier kommen also die praktischen Beispiele beim Namensgedächtnis, dass Sie wenigstens mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie das funktioniert. Es braucht gar nicht so viel Training, bis man das beherrscht. Man muss einfach dann den Mut haben, es im täglichen Leben zu benutzen. Ich denke, nehmen Sie sich dafür zwei, drei Stunden Zeit einmal im Leben, dann sind Sie fit. Aber um mal zu zeigen, wie es geht, habe ich hier, ich nehme jetzt mal so sieben, acht Gesichter, die ich hier auf meinem iPad habe und erfinde jetzt Namen dazu. Ich habe keine Ahnung, wie ich die wirklich genannt habe in damaligen Übungen, sondern ich mache das jetzt neu. Zum Beispiel, die Dame, behaupte ich jetzt, heiße Barbara. Wir machen es mit Vornamen, das ist nicht so schwierig. Barbara wäre bei mir das Bild einer Rhabarber, die sich vielleicht gustatorisch, also indem Sie den Geschmack fühlen auf den Lippen, auf den Zähnen, da gibt es so ein ganz spezielles Gefühl. Sie riechen es vielleicht, sie sehen es vielleicht, aber auf jeden Fall, ich stelle mir vor, dieser Kragen, das wäre eine Rhabarber. Den Rest macht Ihr Gehirn alleine. Mal schauen, das Motto ist immer, mal schauen. Ich sage jetzt mal, der heißt Thomas, dann stelle ich mir vor, an seinem Ohr, das wäre vielleicht die Form einer Tomate. Bitte, wenn Sie das im richtigen Leben tun, es ist vielleicht ein bisschen ein schräges Bild, dann müssen Sie es ja nicht laut kommunizieren. Dann bitte einfach nur denken. Tomate. Oder da habe ich eine Renate, dann stelle ich mir vor, auf Ihren Augenbrauen hier, das ist völlig frei wählbar, ich hätte auch hier hingucken können, aber ich gucke jetzt mal hier hin und da steht ein Reh und frisst eine Tomate. Reh, Renate. Und das ist ein Christian, dann hängt hier am Bart ein Kreuz. Dann ist das ein Christian. Also hier habe ich eine Chi Lin, heisst die Chi Lin. Dann stelle ich mir vor, hier auf diesem runden Teil ist jemand am Cha-Cha-Cha tanzen. Und dann, hat sich jemand gemeldet, da tut jemand Cha-Cha-Cha tanzen, da steht dann noch ein Igel dabei, auf einer Linie daneben, Chi Lin. Das ist jetzt schon ein bisschen komplexer, aber sie werden nachher merken, es funktioniert trotzdem. Und das da wäre ein Sebastian, dann stelle ich mir hier einen blauen See vor, das Weiße ist mit Bast geschrieben. Also immer tut man drei Dinge, man guckt einen Punkt aus, zum Beispiel den Schnauzbart hier, man hört einen Namen, Herbert zum Beispiel, und dann machen sie ein Bild aus diesem Namen und kleben dieses Bild auf diesen Punkt. Das ist ein Herr mit Bart, Herbert. Zufällig wäre das gerade richtig, oder? Er wäre zum Beispiel ein Marco, dann habe ich hier vielleicht eine kleine Briefmarke, wo ich mit Kohle das Bild der Marke gemalt habe, Marco, ohne das Kohlenbild wäre es einfach nur Marc. So kann ich diese beiden Namen unterscheiden. Und das wäre jetzt ein Simon, ich stelle mir vor, er guckt hier durch die Augenbrauen, und das ist das, wenn er ganz nach oben guckt, wie ein Sieb, wo er den Mond sieht, Simon. So noch das letzte Gesicht, das da wäre Alexander, dann stelle ich mir vor, Alexander, der Große, läuft hier über die Brille. Was wir jetzt gerade miteinander üben, ist übrigens live, also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal erst gehört, geht's zurück, werde wahrscheinlich fast alle kennen, das muss Barbara sein. Sie sind wahrscheinlich mit mir einig. Und da, das habe ich angeschaut, genau, da waren die Tomate, also Thomas. Es gibt gar nicht so viele Vornamen, nur etwa 200, die wir dauernd hören, also haben sie dann irgendwann mal immer die gleichen Bilder für die gleichen Namen. Und da war das Reh, da ist die Tomate Renate, das ist cool, da ist das Kreuz, das ist Christian, die Cha-Cha-Cha-Igel-Linie-Geschichte, die Chi-Lin, das ist der Sebastian, das ist der Herbert, der Herr mit dem Bart, das ist, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hm, was haben wir denn da genommen? Und wenn ich merke, ich komme nicht mehr dahinter, muss ich den halt dann neu lernen. Ich gehe nochmal zurück, das war auf jeden Fall der Simon und das ist der Alexander. Und den da, was hatte ich denn da? Ah, das war der Marco, das war die Briefmarke mit der Kohle. Also, wenn Sie entspannt bleiben, einen Namen nicht mehr spontan wissen, einfach mal tief durchatmen und dann plötzlich geht es doch, oder sonst schauen Sie halt und fragen nochmal, ist ja nicht schlimm, es waren doch einige Namen. Wenn wir das jetzt mal zusammenschauen, sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Namen und wenn ich irgendeinen anschaue, sehe ich sofort hier den Christian. Da muss ich gar nicht lange Renate gucken, das ist der Thomas, das ist wirklich faszinierend, wie Sie da dann den Sebastian sehen. Und ich glaube, das haben Sie jetzt gefühlt, was Sie sich jetzt auch sich klar sind, das reicht jetzt nicht, weil Sie das zehnmal erlebt haben, aber wenn Sie das jetzt mal hundertmal erlebt haben, ja, dann würde ich vermuten, dass Sie es dann können. Sie müssen es auch noch mit Nachnamen üben, auch wenn es russische Nachnamen sind und japanische. Je schwieriger die Namen, desto mehr brauchen Sie so eine Technik. Okay, das war die praktische Übung für das Namensgedächtnis. Spannend, ich habe jetzt zehn Namen mit Ihnen geübt und wenn wir jetzt auch nur schon das Ohr sehen von dem einen, sage ich sofort Thomas. Und an diesem Ohr hängt das ganze Gesicht, nicht alles perfekt, aber so, dass wenn Sie den Menschen sehen, auch einen Tag später, dass die Chance riesig ist, dass Sie den erkennen. Und wenn ich sage Monika, dann sage ich, habe ich nicht gelernt, also Sie wissen auch, da habe ich gar keinen Namen dazu. Aber ich sehe eine Barbara, da sehe ich den Kragen. oder ich sehe die Li Jing, da habe ich hier unten diese kleine Silbermünze. Wenn ich jetzt dieses Kotelett anschaue, dann sage ich, Marco, okay, naja, haben Sie jetzt Feuer gefangen? Finden Sie, das wäre ja eigentlich cool, wenn ich das nicht nur so temporär könnte, sondern ein Leben lang, dann wäre es wirklich sinnvoll, sich zu überlegen, ein wenig Zeit zu investieren. 20, vielleicht 30 Stunden die nächsten zwei, drei Monate. Das ganze Mega-Memere beinhaltet natürlich nicht nur Übungen über das Namensgedächtnis, das ist ein Teil, vielleicht fünf, sechs Stunden. Da geht es um Sprachenlernen, Zahlenmerken, es geht um Spickzettel für Prüfungen, respektive Lernzusammenfassungen, so lernen, dass man es ja auch wirklich kann, freie Rede, was mache ich mit Langzeitgedächtnis, wie kriege ich es hin, das, was ich jetzt gelernt habe, auch noch in drei Jahren kann. Was mache ich mit Kreativität und Fantasie? Liken Sie dieses Video, leiten Sie es jemandem weiter, den Sie kennen. Unten gibt es einen Link, wo Sie das Mega-Memere deutlich günstiger kriegen als bei mir in der Homepage und haben Sie einen gewissen Nutzen von diesem Video. Also, wenn Sie was tun möchten, jetzt ist die Chance da. Viel Vergnügen! Auch wenn Sie das Video sehen. Vielen Dank.